also wir hatten ein gewinnspiel und da konntet ihr eben wie gesagt gewinnen also das mitmachen vielleicht gewinnen und es ist ein haufen schöne schöne kommentare reingekommen und die werden jetzt ein gewinnert unter den ganzen auslösen ihr sind alle mitgemacht haben ausgeschlossen sind nicht durch das kann alles gewinnt und wir gehen jetzt auf go und 100 zeilen weg und ich sage als erstes kommt entweder einer von kommt einer von uns beiden dran und danach kommt destructe key dran oder petro tendo ob ich sage er ist okay dann geben wir auf go ne 3 2 1 also was haben wir geschrieben hat ich will geld fertig ja es soll so ein bisschen was seine so destructe key hat geschrieben wenn ich mir mit topia holen ja es ist ja nicht so ausführlich aber es ist immer etwas oder typisch auch und so lange dabei ich habe auch was ich habe noch mehr geschrieben also ich habe mal was gelten lassen ich darf so weil er hat ja da hat er die faktor angenommen man hat und er ist folgende bedingungen gehabt mein kanal abonnieren hat das ein länger gemacht video geliked hat das selbst gemacht beschreiben bestellt ihr alles mit der karte holen wollt wer ist die kanal gewinnen wurde wurde ich mir mit topo holen stimmt mit topo holen mit topa mit topia ist echt meistens doch mir also die restless und hast du alles eingehalten und du wirst der glückliche gewinner von einer interne ich hab das ist ein glückwunz ich sag doch hier ich weiß ich mich zu gestalten und ja heftigen glückwunz